Sieben Jahre Reisen Jedes Jahr eine Reise, seit sieben Jahren, seitdem wir geheiratet haben, erzählte ein junger Mann im Zug. Er trug einen eleganten, langen, schwarzen Mantel und hatte ein schwarzes Köfferchen bei sich, das aussah wie ein feiner Besteckkasten. Wir haben viele Fotos, erklärte er. Alle der Reihe nach geordnet. Südfrankreich, Tunesien, Türkei, Italien, Kreta, Kroatien, sogar Skandinavien. In der Regel schauen sie die Bilder mehrmals an. Zuerst mit der Familie, dann bei der Arbeit, dann mit Freunden und danach liegen die Fotos jahrelang wohlverwahrt in Plastikhüllen wie Beweisstücke im Schrank eines Detektivs. Wir sind dort gewesen. Er wurde nachdenklich und schaute aus dem Fenster. Draußen entflohen die Landschaften, wer weiß wohin hastend. Dachte er nicht manchmal darüber nach, was es heißt, wir sind gewesen? Wohin sind die zwei Wochen in Frankreich, die sich heute mit Mühe in ein paar Erinnerungen quetschen lassen? Plötzlicher Hunger an der Stadtmauer eines mittelalterlichen Orts und ein Augenblick eines Abends in einem Lokal unter einem weinberangten Dach. Was ist von Norwegen übrig geblieben? Nur die Kälte des Wassers in einem See oder ein Tag, der nicht zu Ende gehen wollte. Und dann noch die Freude über das Bier, das man kurz vor Geschäftsschluss hatte erstehen können. Oder der umwerfende erste Blick auf einem Fjord. Was ich gesehen habe, das gehört mir, erklärte der Mann zusammenfassend. Dabei lebte er plötzlich auf und schlug sich begeistert auf die Schenkel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017